herzlich willkommen zurück so letzte folge haben wir hier schon den größten teil unserer fischfarm und sowas fertiggestellt so jetzt basteln war so die beiden blacksmith zusätzlich kommt dort in die mittelreihen noch ich habe hier noch eine Sorte und Leider zu kreate Leiderkurt ich habe hier noch eine Klauze Sopit, Weber, Teer Wechseln wir das Cooper Joyner, Pottery? Nein Wigworks kommt hier auch noch nicht rein Kerzmacher Definitiv Und der Täler und der Weber Über den Täler Brunnen Brunnen Town Service Und der Brunnen 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 Dann kommt der Welle dort auf die Ecke So, dann haben wir nämlich da auch schon mal was. Falls uns dort etwas passieren sollte. So, können wir hier noch etwas rein basteln, nur hier vor und dort vor. So, production 18.000, 21.000, jawoll, wir waren da zwar wieder auf 0, aber sollten dann dementsprechend jetzt Horni und Pumpkin. Fisch, dann kannst du weg, Fisch, dann brauchen wir jetzt nicht mehr. So, dann kriegt ihr jetzt hier Hütten. Und der Stockpile. Der Stockpile wandert jetzt nach dort hin. Und der Stockpile kann weg. Und da entstehen jetzt auch dann Steinhäuser. Und der kann auch gebaut werden. Steinreisen. Meiner, 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 Meiner. So, wir können dort und dort Gems rausholen und können hier ordentlich Gas geben. So, wie sieht das jetzt hier aus? 63% voll, 51% voll. Upgrade. Wir müssen die eine Geschichte dort upgraden. So, du bist leer. So, ihr könnt, oh doch, ihr könnt auch gebaut werden, okay. Und ihr sogar auch. Ein Träubchen. So, du hast es gemacht. 644. Das reicht nicht. Da kommt definitiv nochmal eine Sommel hin. So, und du bekommst hier natürlich einen Doppelplatz. So, was habt ihr jetzt so schönes hier ausgeholt? Nichts. Du, nichts. Du bist voll. Alles. Nicht alles im grünen Bereich. Wir haben zu spät gebaut. So. Shawman. Okay. 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 Schwarzschwalsch Schorhaus? Schorhaus, okay. Schorhaus, okay. Wie gut, dass wir die beiden gerade gebaut haben. Jetzt krimmelt mich hier ein Toolproblem. Aber massives Toolproblem. Schorhaus, okay. 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 Es wird schlimmer. Schorhaus, okay. Schorhaus, okay. Also geht's mal frei. Könntet ihr bitte das mal zuerst machen. Wir haben 65 Eisen da. Macht was. Macht was, macht was, macht was. 59, kriegen wir es in den Griff, 60, keine Tools fertig, 61, es wird schlimmer. Und in den Training Post ist absolut gar nicht zu denken. So, komm, Priorität, Steine. 19 von 46. 70 Leute ohne. Die Holzreserve ist leer. Was ist dein Problem? Die Holzreserve ist leer. Komm, macht mal da ein bisschen was weg. Jetzt haben wir zwar genug Eisen, aber kein Holz mehr. Komm, mach mal ein bisschen Holz. Das ist das Toolproof Problem, eventuell in der nächsten Folge wieder halbwegs in den Griff bekommen. So, Tools, Used, Produced. Alles klar. Das ist eine reinste Katastrophe. 23. Hier, hallo. Bau weiter. Bitte, bitte das Ding da bauen, sobald es fertig ist. Das wird aber nicht. Das wird aber nichts. Das wird aber nichts. Das wird aber nichts. So, es kommt. Boat ist fertig. Aber dann sollte man damit keine Probleme mehr haben. 68 ohne Tools. Was ist hier fertig geworden? Der Kerzenzieher. Das haben sie einfach mal so nebenbei abgeholzt, oder was? Bei dem Platz brauchen wir sowieso. Wenn ihr nichts zu tun habt, macht. Oh, ich ahne Böses. 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 Okay, das kriegen sie aber noch hin. Oh, dann dürfe ich das leer machen. Ja, natürlich, jetzt kommt das Beeswax hier noch. Das drückt hier jetzt noch ordentlich rein. Nomaden haben die Town Hall erreicht. Aber die schauen uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass du das nächste Mal wieder mit dabei sein. Ich war der Opensack. Tschüss, bis zum nächsten Mal.